Hermann Mayer, 85 hundertstel Sekunden Vorsprung. Er hat eine Riesentorlauf-Goldmedaille gewonnen in Nagano. Noch keine Medaille in einem Riesentorlauf einer Weltmeisterschaft. Der stürzt sich richtig hinaus aus dem Start raus. Entschlossen heute hier Gold zu holen. Eine blöde Schnellkette. Ich kann es so runter, mein Strafkinder vor. Alles gut, Herr Roll. Zwischengeseitig für Hermann Mayer ist 2.02.67. Vorsprung geringfügig ausgebaut. Da hat Benni Reich ein paar Hundertstel abgenommen. Aber er muss auch eine schnelle Zeit hinlegen, denn Rolf hat 6.10. und Vorsprung. Ausdurchgang 1. Wunderbar, einer von ganz weit von Wunderbar, der wischt den Schwung, den er den ersten Lauf verhaut hat. Jawohl, super gefallen, Hermann. Fast viele Jahre ist es her, seit Hermann Mayer seinen Riesentorlauf gewonnen hat. In Aure 2001. Geht schon noch, geht schon noch. Komm, Hermann. Nur kein Fehler, jetzt Hermann im unteren Teil. Ist auf gutem Weg. In Richtung Medaillenkurs. Oh ja! Es wird noch krass. Es wird noch krass. Es wird noch krass. Es wird noch krass. Hermann Mayer fiel. Hermann Mayer hat seine Medaille im Riesentorlauf geholt. Gratulation der Matamasselion der Hermann. Komm, heisst du, Hermann. Was ist schnapp? Ja, danke. Sie hat einen Merkonsventel. Noch krass. Er ist noch krass. Und Sie hat noch krass.